Hallo zusammen, ich zeige euch hier den Tributary Slingbag. Der Tributary Slingbag ist ein etwas kleinerer und sehr günstiger Slingbag von Sims. Trotzdem hat er eigentlich alles was es braucht. Auf der Vorderseite habe ich bereits Platz für eine Zange mit magnetischem Halter und Platz für einen Auszug, damit ich meinen Clipper vorne haben kann. Da kann ich auch sofort einen Fisch lösen oder handeln, ohne dass ich das Pack drehen muss. Hier mit einer Schnalle löse ich es und kann das Pack direkt vor mich drehen, so dass ich zu allem dazukomme. Ich habe ganz aussen eine Hülle für den Kescher, super praktisch. Ich kann den Kescher auch rausziehen so, wenn ich ihn auf dem Rücken habe, damit ich meinen Fisch behändigen kann. Super praktisch, dass der immer dabei ist. Aussen habe ich einen Klettverschluss, dass ich Flypatches aufkletten kann oder was immer ich auch da draussen brauche. Eine kleine Tasche hier, ideal für Vorfächer und Vorfachringe und solche Geschichten. Dann habe ich hier wieder eine Zangenstation, magnetisch und könnte auch hier einen Retractor noch aufstecken. Platz dafür und vorgesehen. Und dann habe ich eine Haupttasche. In der Haupttasche habe ich einen Schlüsselhaken, dass ich meine Autoschlüssel auch montieren kann und eigentlich sehr sehr viel Platz. Es ist recht kompakt, aber trotzdem. Ich habe hier eins, zwei mittlere Fliegendosen und zwei grosse Fliegendosen drin. Dazu noch ein paar Spulen. Also richtig viel Platz und es würde noch mehr reinpassen. Innen drin habe ich zwei aufgesetzte Meschtaschen. Das heisst, ich kann hier nochmal Vorfächer oder Kleinzeugs gut verstauen, dass es sauber aufgeräumt und geordnet ist. Und auf der Unterseite habe ich mit zwei Riemchen hier eine Regenjacke befestigt. Könnte auch ein Fleece-Pullover oder irgendein Kleidungsstück sein. Und immer noch Platz in dieser Stretch-Mesh-Tasche für diese Wasserflasche. Das heisst, ich kann wirklich alles mitnehmen, was ich so für einen Ausflug am Wasser brauche. Der Tributary Slingbag ist gefertigt aus 50% recycelt und polyester. Günstig, eine Farbe und wirklich praktisch zum dabei haben. Und sobald ich auf den Rücken drehe, habe ich vorne wirklich alle Freiheiten und kann machen, was ich will. Ich hoffe, ihr habt Freude am Tributary Slingbag und ich sehe euch irgendwann mal mit dem Ding am Wasser. Ich hoffe, ihr habt euch gefertigt.